Der Vampire Auftragsmarathon Also, es gibt jetzt die Vampire und zwar im Store zu kaufen. Der Dampfer ist dafür ungefähr 21 Euro verfügbar und ist dann hier folgendes Schiffspaket vom 5. Dezember von 6 Uhr bis 14. Dezember 6 Uhr im Premium-Laden erhältlich. Hier oben gibt es nochmal ein paar Zusammenfassungen zu den Daten. Da gehen wir aber gleich nochmal genauer drauf ein, weil ich ein paar mehr Daten für euch habe. Ja, wie gesagt, ist ein Premium-Schiff auf T3. Das ist das, was hier verraten wird. Und es geht weiter mit diesem Marathon. Man kann das Schiff kaufen oder man kann es erspielen. Und das ist die tatsächliche Überraschung. Man kann, wir kriegen wieder ein Premium-Schiff geschenkt. Und der Hammer, wie ich persönlich finde, wenn ich mir diese Sachen durchlese, ist komplett erspielbar. PvP, gewettete Gefechte, PvE und Koop. Also es ist scheißegal, was für einen Spielmodus ihr spielt und wie erfolgreich ihr seid, weil im Koop-Modus ist das alles ohne Probleme machbar. Wie ihr wisst, im Koop-Modus hat man im Durchschnitt eine Siegrate zwischen 95 bis 100 Prozent. Da sollte das eigentlich relativ easy sein. Wir kriegen bei 20 zerstörten Schiffen, kriegen wir eine 20 Typ-5-Tarnung. Dann muss man danach sieben Gefechte gewinnen, gibt nochmal 20 Flaggen. Dann in dem nächsten Auftrag gibt es nochmal 20 Flaggen Sierra Mike, das sind die Geschwindigkeitsflaggen. Dafür muss man 25.000 Gesamterfahrung verdienen. Das ist aber nicht die Basis-EP, sondern ist die Gesamt-EP. Das heißt, wenn ihr mit Blackierungen, Flaggen oder sonstigem spielt, seid ihr da ruckzuck mit durch. Das alles endet dann da drin, dass man einmal 750.000 Schadenspunkte kumuliert. Also alle Gefechte, die man erspielt hat sozusagen oder die man spielt, zählen mit in diese 750.000 Schadenspunkte rein. Und wenn ihr diese dann voll habt, kriegt ihr Schadensbegrenzungsteam, Nebelwerfer 2, einen Hafenliegeplatz, einen Kapitän mit sechs Fertigkeitspunkten und die Vampire. Wie gesagt, möglich einmal pro Konto und nur Schiffe der Stufe 4 oder höher. Also eigentlich auch für gerade neue Leute, die mit World of Warships gerade anfangen, super leicht erspielbar. Im Koop-Modus ist das super zu machen. Und ja, Vampire, viel zu dem Schiff wissen wir noch nicht. Es ist ein Zerstörer der Stufe 3. Und da gehen wir jetzt mal ganz kurz drauf ein. Es gibt ein paar technische Daten. Mit ein bisschen Klicken findet man die dann auch. Und ich habe sie euch rausgesucht. Und zwar hier. Das ist die Vampire. Das sind die offiziellen Daten im Wargaming-Wiki dazu. Und hier sehen wir Rate of Fire 12 Schuss die Minute, 18 Sekunden, Drehzeit bei 180 Grad. Ist ganz okay. HE-Shells 1500 Alpha Damage. AP-Shells 1700 Alpha Damage. 9500 Strukturpunkte. Auch ganz in Ordnung auf Tier 3. Was kann man hier noch sagen? Maximum Armour 10 Millimeter. Das ist bei Zerstörern sowieso zu vernachlässigen. Ganz herausragend oder besonders an dem Schiff. Ein einziger Torpedowerfer mit drei Torpedos. Mit einer Gesamtreichweite von 6 Kilometern bei 53 Knoten. Das ist sicherlich jetzt nicht unbedingt die stärkste Bewaffnung für einen Zerstörer auf T3. Soll sie aber auch gar nicht sein. Der Zerstörer gehört ja hier zum Commonwealth, wie das so schön heißt. Und kommt quasi aus der australischen Flotte. Ist wieder mal ein australisches Schiff. Ich persönlich freue mich darauf, weil ich immer gerne Schiffe habe, wo noch nicht so viele Schiffe von existieren. Es gab da mal die Purse, die inzwischen nicht mehr verfügbar ist im Spiel. Jetzt kommt die Vampire dazu. Wir haben dann Kanonenreichweite 10,1 Kilometer, was ganz ordentlich ist. Eine Höchstgeschwindigkeit von 34 Knoten. Das Schiff geht auf, also wird sichtbar, bei 6,48 Kilometer, wie ihr hier seht, bei Concealment. Das heißt, wir können mit einem 10er Kapitän und geskillt auf Tarnungsmeister kommen wir unter 6 Kilometer. Und dann nochmal die Lackierung drauf, nochmal 3 Prozent weniger sind wir roundabout bei 5,5 Kilometer. Geht man quasi auf und man kann 6 Kilometer weit torpen, was ganz in Ordnung ist für ein Spiel auf T3, T4. Hier sind die Level angezeigt. Also damit kann man sicherlich arbeiten. Wenn es auch kritisch ist, es gibt Schiffe, die sind auf T3 in Anführungsstrichen einfacher zu fahren, weil sie eine höhere Stealth-Modus haben. Guckt euch die Panasienzerstörer an, die sind ja teilweise am Anfang auf 4,8 Kilometer, 4,7 Kilometer sichtbar erst und können weiter torpen. Ja, wie gesagt, es ist ein geschenktes Schiff. Jetzt kommen wir noch zu der Smoke, weil die Smoke ist dann sicherlich eine der allerwichtigsten Sachen hier bei diesem Schiff. Und die Smoke wird 23 Sekunden ausgeworfen, das heißt 23 Sekunden ist dieser Nebelwerfer aktiv. 109 Sekunden steht der Nebel und wenn ihr den Basissmoker benutzt, also den Nebelgenerator 1, ist nach 240 Sekunden der nächste Nebel wieder verfügbar. Und wenn ihr den Nebelwerfer Typ 2 benutzt, ist nach, was hatte ich gelesen, 160 Sekunden der Nebelwerfer wieder parat. Das heißt, ihr werft 23 Sekunden aus, 109 Sekunden ist die Stehzeit von der letzten Wolke. Das bedeutet, 132 Sekunden steht ihr bestenfalls im Nebel und bei 160 könnt ihr ihn wieder einsetzen. Das heißt, ihr seid 28 Sekunden ohne Smoke. Das ist, denke ich, eine ganz sinnvolle Geschichte, die Smoke da vernünftig einzusetzen. Gerade, weil man auch relativ weit schießen kann mit 10,1 Kilometer. Da kann man sicherlich das eine oder andere noch rausholen. Die Kanonen haben hier, Moment, wo haben wir es, 102 Millimeter. Das heißt, ihr könnt mit der Schießgrundausbildung oder erweiterte Schießgrundausbildung auf jeden Fall die Reichweite nochmal toppen und könnt euch dann irgendwo hinstellen. Der Schussbogen ist relativ hoch. Das wird ja auch bei den Contras erwähnt. Und Shells are only slightly below Orbiter. Ist quasi die englische Bezeichnung dafür, dass der Bogen sehr, sehr weit nach oben geht. Die Vampire hat nur drei Torpedos. Die Stealth-Torpedos sind, also, dass man verdeckt torpen kann, ist sehr, sehr knapp. Mit dem Kapitän-Skill hat man nur so ein 200-Meter-Fenster. Wenn ich mir jetzt recht überlege, man geht so auf 6,48, 10 Prozent von diesen 600, ja, dann sind wir bei, ja, okay, 5,8. Dann habe ich 5,5, war vielleicht einen Ticken übertrieben. 5,7, 5,8 in dem Bereich werdet ihr liegen. Also ist das schon recht schmal. Da muss das Chip am besten auf einen zufahren. Das ist natürlich dann das Beste, was man machen kann, wo man das gut nutzen kann. Ähm, ja, ich denke, das war's. Hier sind nochmal die Module zu sehen, die ihr einbauen könnt, ja, ähm, die Modifikationen, Magazin-Modifikationen und die Antriebsmodifikationen sind hier möglich. Ja, und dann gibt es noch eine besondere Lackierung, die hier auch schon zu sehen ist auf den Bildern. Ja, und das soll es zur Vampire schon gewesen sein. Ich sage jetzt einfach mal vielen, vielen Dank. Für Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Flaschenpost oder heute Abend beim Livestream. Wir haben ja unser Livestream-Gewinn-Spiel heute Abend dabei. Am, ähm, am 5., am 12. und am 19. jeweils um 20.30 Uhr. Ne? Haut rein, macht's gut, bis denn, euer Secret Team. Ciao, ciao. 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 WOMB. 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 WOMB.